Den nimmt er ihn weg, und er ist auch weg, oh, nicht schön gefangen, oh, klasse Tor! Was? Ja, aber der bereits vierde Gehaltene von Jorgen Schmidt. Vermeintlich sag ich ganz bewusst, ja, aber ich glaube auch alleine fürs Feeling ist das natürlich auch cool, die Gruppe als erster abzuschließen. Ich glaube, das macht auch ganz viel aus. Phase, ne, vom Feeling her ist ein gutes Gefühl, ne? Ich immer, ja. Ja, Treffer vom Lars-Kolz um 20 zu 13, wieder sieben Tore Führung. Und das finde ich eigentlich ein ganz positives Zeichen. Spannekrebs schön rumgezogen hat er, abgeschlossen und, ah, schöner Kemper, abgeschlossen von Julian Thomas, bedient von Dirk Holzner. Schöne Aktion vom Linksaußen zum Rechtsaußen, keine Chance für Maurice. Lars-Mittelberger packen, so ist es auch. Und von nächster aus bringen ein 6 zu 5. Wir müssen jetzt schauen, dass sie, glaube ich, in Abwehr wieder ihre Aktivität zurückfinden. Sind jetzt ein bisschen passiv im Mittelflop, nicht mal ganz so beweglich. Oh, ja. Wow, schöner Kemper. Ah, war der kramt gelandet, Flo Schmidt. Und schöner, ja. Haßmann zieht ab, scheitert an Melmann. Und dann Jan-Bennett-Cunning, wieder mal ganz gefühlvoll. Verdeckter Wurf. Linus Koblin, der geht alles in die Waagschale werfen. Irgendwie das Ding hier ziehen und damit die Überraschung schaffen. Was heißt irgendwie Haßmann aufs Problem zum Kemper. Und Paul Ull zweimal. Und auf der anderen Seite Benjamin Schulz zur Führung. Er ist jetzt gesehen. Schade, da. Hätte der Pass eigentlich in die Mitte kommen sollen oder müssen. Aber Micah macht das wieder schön. Schöne Körpertäuschung. Und dann das 10 zu 9. Dass die Abwehr steht. Schöner Heber. Schönes Anspiel. Aber noch bessere Parade von Torwart Keno Dansenbecher. Herrliche Parade. Nach dem herrlichen Anspiel. Zu Kreisläufer Nick Heinsohn, der den Ball allerdings nicht im Tor unterbringen kann. So, dass der VfL nunmehr wieder die Möglichkeit hat zu verkürzen und Keno Dansenbecher jetzt auch zurück ins Tor kommen kann. Und erneut verworfen von Elian Brill. Tempo-Gegenstoß-Möglichkeit. Aber guter Rückzug vom VfL. Und erneute Parade von Torwart Keno Dansenbecher. Der auch im Nachgang noch einmal von Jesper Müller zusammen mit Arne Eschweiler. Herrliches 1 gegen 1 von Vincent Kreiselmayr. Schöner Überzieher und... Fantastisches Anspiel von Moritz Köstler. Per Bodenpass.